Übungen im bayerischen Hochgebirge. Aufnahmen Gustl Kuhfuß. Abtransport zur Hochgebirgsübung. Wo die Alpenrosen blühen, dahin, dahin möchte ich ziehen. Dem Gipfel entgegen. Funkstation mit Muskelantrieb in 1500 Metern Höhe. Die Gegenstelle auf Empfang. Funker und Blinker im Verkehr. In der Verteidigung. Neues Gelände wird erkundet. Erkunder gehen der Bauspitz der Fernsprechtrupps voraus. Mit dem Kabel gipfelwärts. Verbindung ins Tal vorhanden. Am Ziel. Der Morgenruf zu neuen Taten. Gefechtsschießen. Gefechtsschießen. Stellungswechsel. Mit Fels und Seil vertraut. Der Beobachter spricht von der Beobachtungsstelle. Wenn rund im Tal der Nebel zieht, scheint Sonn schon längstens gewenkt. Nach Beendigung der Hochgebirgsübung wird die neue Abteilungshütte eingeweiht. Die Wache der Hochgebirgsschnackler meldet dem Kommandeur. Übergabe der Hütte durch den Kommandeur und Flaggen ist er. Ihr Bayerisch Bier ein guter Schluck. Aufgerissen. Überall im Tal der Nebel. Aber wir müssen uns дети beschenken. Die Musik beschenken. Vielen Dank.